Musik Sie sind es leid, jedes Jahr immer und immer wieder Scheißgeschenke zu bekommen? Jedes Jahr schlechte Stimmungen an den Weihnachtstagen zu haben? Sie sind es satt, lässige und teure Weihnachtsgeschenke durch überfüllte Geschäfte zu schleppen und sich noch dabei der Gefahr auszuliefern, überfallen oder sogar ausgeraubt zu werden? Schluss damit, dann haben wir Ihre Lösung. Mit den Major Hardware Brothers Güter in 2021 ist nie wieder schlechte Stimmung unter dem Weihnachtsbaum. Mit der lang optimierten, ausgeklügten Spaßfaktor-Professor in der Deutschen Bundesanstalt für Freizeitspaß haben wir das ultimative Geschenk für Sie entwickelt. Aber nun wollen wir erst einmal unseren Deutschlands bekanntesten Moderator und Showmaster Robert Axel begrüßen! Meine Damen und Herren, was soll ich Ihnen sagen? Ich, Robert Axel, lege normalerweise für nichts meine Hand ins Feuer. Aber was ich Ihnen heute vorstelle, ist der absolute Wahnsinn. Ich meine, jetzt ehrlich, wir kennen das alle, ne? Lässt dir Weihnachtsgeschenke noch ein nöcher, zum Beispiel ekelhafte Söck, selbstbedruckte Kissen, 18 Karat Jolt, auch das, oder was weiß ich, irgendein Portemonnaie mit Unendlich viel Bayern, das brauchen wir alle nicht. Ich zeige Ihnen jetzt etwas, dass Sie den Leben und Ihre Weihnachtstage für immer und zu 100% verändern. Darf ich bitte meine Sahne schnitten? Wow, das ist also unser Exemplar. Darf ich bitte? Schauen Sie sich dieses Fahrzeug an, komm mal ran, komm mal ran, komm mal ran, komm mal ran. Dieses Baby, dieses Wunder der Eurydynamik, dieses Fahrzeug hat aber gar keine Federung. Und aus diesem ganz einfachen, sinnvollen Aspekt, denken Sie mal drüber nach, Sie geben jedes Jahr hunderte Euros für physiotherapeutische Behandlung aus. Na, Fotter mit, braucht keiner. So, dann machen wir heute mal den Live-Test, würde ich mal sagen. Direkt die Frage ins Publikum, wer hat Rückelschmerzen? Ja, 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 ja. Herr, ne? Der Herr da drüben, kommen Sie mal, kommen Sie mal, kommen Sie mal, kommen Sie mal. Will doch mal Mann! Komm bitte, kommen Sie runter. Oh, 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 oh. Sind der? Kai Uwe. Kai Uwe. Komm ran, komm, ran. Kann ich kurz einen grüßen? Nein, das geht nicht. Sie haben den Rückelschmerzen. Mama, ich bin im Fernsehen. Und damit machen wir den Live-Test. So, alles klar. Ja, komm, mein Junge. Dann setz dich mal ins Auto. Das tut aber so weh. Ja, komm, ich schweb dich. Hilfe. Komm, Hilfestellung. Ja, der Papa hat dich doch. So. Unruhe. Unruhe. Ja, aber lange geht das schon so? Ich weiß es nicht. Die extra so konzipierte Antifederungskonstruktion leitet wirklich jede Bohnenwelle direkt über den Rücken, ab ins Rückenmark, sodass sie nie, aber auch wirklich nie wieder zur Massage oder physikalische Anwendung gehen müssen. Es ist der absolute Wahnsinn. So. Junio Gelabert. Sind wir bereit für den Live-Test? Absolut. Live-Test. Kosta, Vasilios, die Band. Alle mal nach vorne jetzt hier. Komm, anpacken. Was passiert jetzt? Live-Test, mein Freund. Live-Test. Beruhig dich. Ich spring mal ganz kurz zur Seite. 3, 2, 1, Action. Jawoll. Jawoll. Oh. Wow. Wow. Und? Wie fühlst du dich? Das war der absolute Wahnsinn. Ja, normal. Ich glaube, ich bin geheilt. Du bist weg. Dankeschön. Ja, gerne. So. Ein Menschen haben wir heute schon glücklich gemacht. Aber was ist mit den Singles, den gelangweilten Paaren, den überarbeiteten Mitarbeitern? Ich sage Ihnen eins. Mit den Hotdog Brothers Touren bekommen sie nicht nur die Physiotherapie on top. Nein. Darüber hinaus sparen sie sich so viel Geld für teure Dating-Apps. Für teure Dating-Apps, für viel zu teure Therapien oder halt auch für Coachings für ihre Mitarbeiter. So. Und natürlich haben wir auch viele Zuschriften erhalten, ne? Von einem einmarsamen Single. Beispielsweise die Lisbeth. Liegt mir persönlich sehr am Herzen. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Mal gucken, ob ich mit meiner Rüfte hier hinkriege. Lieber Herbert Eckstel. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Willi und ich sind uns nur noch am streiten. Abends sind wir nicht mehr liebevoll zueinander. Und Highlights? Highlights gibt's bei uns auch nicht mehr. Ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Bitte helfen uns. Boah, dieser Film macht betroffen. Aber wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Um Lisbeth und ihrem Gatten, nämlich diesen arstreinen Gutschein, Hot Dog Brothers Gutschein 2022 zukommen zu lassen. Und in diesem Sinne, ich schalte mal kurz nach draußen zu unserem Außenreporter. Dieter! Dieter, hörst du mich? Robert, dieser Louis, der soll eigentlich hier in der Kälte stehen. Robert, mein Lieber. Du kennst mich. Gib mir ein Piano und ich mach dir eine Symphonie daraus. Und heute geht es auch um die Symphonie. Die Symphonie der Liebe. Und da sehe ich schon unsere zwei Streithammel, die uns hier entgegen gefahren kommen. Kein Gestreite mehr. Nichts mehr. Gib mir mal ne Kippe. Wir gehen mal rüber und sammeln die ersten Eindrücke der City Tour. Ihr Lieben, wie geht es euch? Ah! 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 Das ist Liebe! Das ist Hot Rod! Zurück zu dir, mein Lieber. Wir haben es wieder geschafft. Ah! Wunderbar! Meine Güte! Ist das eine Love Story! Ist das nicht schön, wenn man so Leute wie der Lisbeth unter die Arme greifen kann? Aber nicht nur in Sachen Liebe, sondern vielleicht auch in Sachen Incentives oder in Sachen Firmenführung kann dieser Gutschein Wunder bewirken. Und da fällt mir gerade ein, einer unserer langjährigen Begleiter, ein guter Freund von mir, Unternehmer, Dani Stromberg. Du hast auch was für uns, das ist richtig. Robert! Heiles Kamuffel, komm doch mal rüber, du. Wie geht es dir? In deinem alten Studio gedöhnt. Das mit der Karriere, ja? Aber Karriere ist wie Tour de France. Kannst du nicht lernen. Ich sag euch eins, die ganzen Weihnachtsfeier, da bin ich nie mit zufrieden, kann ich überhaupt nicht verstehen. Sorry, Leute. Ja, ja. Leute, so rocken, rollen. Habt ihr Spaß? Ja, ja. Alter, Alter. Habt ihr Spaß? Ja, Alter. Kinder. Spaß? Nein. Ach, ich mal. Ich sag euch eins, wo ich letztes Jahr die Weihnachtsgutscheine von den Hot Rods verteilt habe, war ich schon ein bisschen der Hero hier. Das macht schon Spaß. Stellen Sie sich mal vor, ich komme schon mit den Hot Rods ins Büro. Muss man sich mal vorstellen. Ein Hot Rod im Büro? Hallo? 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 Das wäre schon toll. Kaufen Sie nie wieder unnötige Weihnachtsgeschenke von mindestens 1000 Euro. Nein, auch nicht 500 Euro. Nein, auch keine 150 Euro. Heute und nur jetzt können Sie die zwei Stunden CD-Tour für 99 Euro erwerben. Herr Weihnachtsmann, unglaublich. Wie fühlt ihr euch mit dem Band Gutschein? Wenn Sie mich so fragen, unglaublich. 60 Prozent der Produktion konnte man vereinfachen. Beschwerden Geschenke brauche ich nicht mehr. Ich bestelle zukünftig nur bei der Hot Rods die Gutscheine. Die kommen zwei Tage später, kommen die per Post. Und dann liefere ich die aus und dann freuen die sich alle. Und dann habe ich meine Arbeit gedonnen. Und am ersten Weihnachtstag, da liege ich auf Hawaii und luche, die hübschen Mädchen, naja, das ist mein Weihnachten. Leute, was ich zu den Gutscheinen der Hot Rods-Battags sage, ich wünschte, die hätte es schon viel früher gegeben. Endlich werden wir nicht mehr geknechtet und geprügelt von unserem Chef. Der ist wie ausgewechselt, sage ich euch. Endlich faire Arbeitszeiten, faire Löhne für uns. Leute, kaufen, kaufen, kaufen. Ein besseres Weihnachtsgeschenk gibt es nicht. Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir konnten Sie mit diesem einzigartigen Produkt begeistern. Wenn Sie also noch kein Geschenk haben, dieser Weihnachtsgutschein wirkt Wunder. In dem Sinne, frohe Weihnachten, schönes Fest, jetzt bleiben Sie gesund, Ihr, euer Robert Echse. 常 und erste Weihnachten! Mia! ė! now was . www. aun communikat Zero Projekt I Untertitelung des ZDF, 2020